Die Mutter ist bei ihm immer mit einer beheiligten Scheidung geflossen und er hat sie abgöttisch geliebt. Ich weiß, er hat immer zu mir gesagt, weil er hat gesehen, bei mir sind die Zeichnungen von der Mutter, hat er gesagt, mach mir meine Mutter berühmt, weil er hat gewusst, dass der Vater ist berühmt. Natürlich ist der Vater viel mehr berühmt. Vor ungefähr fünf Jahren, glaube ich, hat man eins von seinen Apokalypsen in London bei einer Ausstellung verkauft. Für eine Million achthunderttausend Zerling. Eins, ein Bild.